1969 Hermann Lindemann im Bordell verhaftet. Seit März 1969 ist Hermann Lindemann Trainer von Borussia Dortmund. Der kleine Osthesse mit der dicken Hornbrille soll als vierter Coach in der laufenden Saison den schwächenden Bundesligisten vor dem Abstieg retten. Das kleine Wunder gelingt, mit Ach und Krach rettet sich der BVB auf Tabellenplatz 15 und startet erstaunlich gut in die folgende Saison. Dennoch wähnt sich Lindemann stets kurz vor dem Rausschmiss und ist ständig auf der Hut vor Intrigen aus den Vereinsgremien. Und deshalb trifft ihn beinahe der Schlag, als er am Morgen vor dem Auswärtsspiel im Hamburger Hotel Europäischer Hof im Frühstücksraum der versammelten Mannschaft einen Guten Morgen Männer gut geschlafen zuruft, um dann entgeistert auf die Schlagzeile eines auf dem Tisch liegenden Revolverblattes zu starren. Hermann Lindemann im Bordell verhaftet. Der Dortmunder Trainer wird kreidebleich und ruft »Ich war in meinem ganzen Leben noch nie im Puff«. Er wittert eine Rufmordkampagne des Vorstandes. Also ruft er den Kellner »Herr Ober, ich brauche einen Anwalt« und befiehlt seiner Frau in Duisburg per Fernruf alle verfügbaren Kioske in der näheren Umgebung anzufahren und die Exemplare sicherzustellen. Doch die kehrt unverrichteter Dinge wieder heim. Die Zeitung ist nicht auffindbar. Da endlich werden Ferdi Heidkamp, Reinhold Wosab und andere beim Trainer vorstellig und beichten eine Missetat. Am Vorabend waren die Spieler zur Reeperbahn gefahren und dort in einem Geschäft vorstellig geworden, in dem man eigene Titelseiten der St. Pauli-Nachrichten drucken lassen konnte. »Nur ein dummer Flachs von uns«, erklären die Spieler, was den Zorn Lindemanns nur unwesentlich dämpft. Immerhin münzt er seine Wut pädagogisch um. »Ihr könnt das nur gut machen, wenn ihr gewinnt!« Die Chance zur Versöhnung lassen die Spieler verstreichen. Nach 3 zu 1 Führung verlieren sie noch 3 zu 4. Lindemanns letzte Worte vor der Abfahrt des Busses lauten verheißungsvoll. »Ich reiß euch den Arsch auf!« Zurück in Dortmund drehen die Spieler eine Strafrunde nach der anderen.